Herzlich Willkommen zu einem Video von HeyDay. Morgen startet das Halloween Layout. Ich weiß nicht, ob die Leute das kennen oder ob ihr jetzt zum ersten Mal Halloween habt, aber auf der Farm wird's gruselig. Nämlich kommt das Halloween Layout auf die Farm, die Tiere werden anders aussehen, bekommen ein neues Layout und die Farm wird noch ein bisschen gruseliger sein, ein bisschen mehr Nebel und so weiter und so fort. Werdet ihr dann alles sehen. Ich kann ja mal ein Video verlinken, wie es ungefähr aussieht, wo wir auch unser Halloween Layout gebaut haben. Also freut euch drauf, es wird nämlich richtig cool werden. Und es kommt wie an Weihnachten ein Geschenk ins Angelbereich und zwar in Form eines Geistes. Also hier im Angelbereich werdet ihr zu bestimmten Zeiten, die ich euch gleich noch sagen werde, einen Geist treffen, der so aussieht. Und er wird immer hier irgendwo im Angelbereich sein, einfach anklicken und dann bekommt ihr eine Belohnung. Zu dem Geist gibt es ein paar Informationen, die wichtig für euch sind und zwar folgende. Da sind sie auch eingeblendet. Also der Geist im Angelbereich. Der Geist erscheint alle vier Stunden für etwa eine Stunde. Die Geisterstunden kannst du, also werde ich dir gleich noch zeigen. Und wenn man den Geist angetippt hat, erscheint er erst wieder nach 25 Stunden. Also wenn man den Geist zwischen 13 und 14 Uhr antippt, dann kommt er am nächsten Tag am frühesten zwischen 14 und 15 Uhr neu. Weil die Geisterstunden sind nicht jeden Tag gleich. Deswegen tippst du den Geist um 13 Uhr an, kommt am nächsten Tag frühestens halt um kurz nach 1. Aber in dem Fall halt um 14 Uhr, weil dann die Stunde halt anders ist. Genau. Der Geist schenkt dir einen Tool, einen Gutscher, Münzen, XP etc. Also er kann dir alles schenken, manchmal auch Diamanten. Und falls du noch niemals den Geist angetippt hast, bekommst du als erstes Geschenk einen Dekosarg, welcher auch richtig cool ist und gut auf die Farm passt. Und das sind die Zeiten, an denen der Geist kommt. Und so sehen die Zeiten aus und ihr könnt euch gerne hier screenshotten, kopieren oder sonst irgendwas. Also er kommt an jedem, also am 10.10., 15.10., 20.10., 25.10., 30.10. um diese Uhrzeiten. Am ersten Tag nur 13 bis 14 Uhr, weil am ersten Tag ist das, also am 10.10. startet das ja ab 10 Uhr, deswegen erst nach 8 und 9 Uhr. Genau, das kommt zwischen 13 und 14 Uhr, könnt ihr in den Gammelbereich gehen und könnt ihr den dann abholen. Und das gleiche geht dann so weiter, 11.10., 16., 22., 26., 31. und so weiter und so fort. Und das Ganze geht vom 10.10. bis zum 2.11. und das sind halt die Zeiten. Wie gesagt, könnt ihr euch gerne dran halten. Ist egal, wann ihr den einsammelt, ihr könnt es aber immer zu den Zeiten machen. Genau. Vorausgesetzt ist natürlich, dass das Layout auch wirklich am 10.10. kommt und dass der Geist auch um 13 Uhr kommt. Dann sind die Zeiten nämlich richtig. Aber es waren die letzten beiden Jahre auch so, deswegen wird das schon so passen. Genau. Riesen Dankeschön hier an zu Perko von der Facebook-Pharma-Bande. Grüße gehen raus, die hat mich nämlich mit den Zeiten verseucht. Und ja, richtig tolle Sache. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und ja, denkt immer an den Creator-Code. So, Römerb ist eine riesen Unterstützung. Und lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Und schaut mal bei der Sue vorbei. Die macht tolle Arbeit in der Pharma-Bande. Und ja, die hat mir die Zeiten ja ausgerechnet. Fand ich sehr nett. Und ja, Dankeschön fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein und ciao. Ciao, wir. Ciao, wir.